Hey, hier ist Chrissi. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist meine Mama dabei. Hallo. Das Haarungereg. Macht mir. Heute werde ich dir mal Katja vorstellen. Kennst du noch nicht, ne? Okay, dann bin ich mal umso mehr gespannt auf deine Reaktion. Also ich habe mir jetzt erstmal drei Bilder ausgesucht. Das fängt ganz harmlos an. Und dann werden wir uns ein Lied anhören. Ist das eine... Die macht auch YouTube. Ist das eine deutsche oder woher kommt sie? Ich glaube irgendwie ein bisschen aus. Ein bisschen aus. Polen oder so. Ich weiß es nicht. Ein bisschen. Die Hälfte von ihr oder was? Weiß ich nicht. Ich glaube sie ist nicht ganz deutsch. Bereit für das Bild? Beteja. 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 Wie schätzt du sie ein? Barbie-mäßig. Na ja. Ähm. Das ist Geschmackssache, ne? Ähm. Wie viele, ähm. Abonnenten hat sie? Voll viele. Voll viele. Voll viele, dann bist du. Das ist ja doch berühmt geworden, oder? Ja. Ja. Und das Bild? Freizügig, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Das ist nicht mein Geschmack. Okay, reicht auch schon. Wir gucken uns jetzt mal ein Lied von ihr an. Ist das sie? Ja. Echt? Ja. Sieht auf den Bildern ganz anders aus, ne? Wie findest du ihre Stimme an sich? Auch nicht? Der ist cool. Der ist cool. Mit Pizzabahn. Hahaha. Hahaha. Okay, der ist cool. Hahaha. Hahaha. Der richtige Schwimmbecken für ihr. Hahaha. Das bricht jetzt zusammen, oder? Ne, doch nicht. Hahaha. Hahaha. Ja. Also sie ist besser als sie. Hahaha. Wollen wir uns jetzt mal ihre Stimme ohne Autotune anhören? Ja. Das wurde ja bearbeitet. Ich finde mich interessiert, wie sie kommt. Ich bin der Meinung irgendwie aus Polen, oder so. Oh Gott. Ich kann überhaupt nicht sehen. Und schreib doch einfach mal. Ja. So singt sie ohne. Also komplett anders als in einem Video. Und wie findest du sie? Ähm. Schön und gut, dass sie so weit gekommen ist. Dass sie berühmt geworden ist. Aber was will sie nachher dann ihren Kindern sagen? Werden wir dann sehen. Nicht so. Ne. Ich will ja, ich bin, also wie gesagt, ich will ja nur... Guck mal. Kannst du mal gucken, wo sie kommt? Steht das bei ihr vielleicht irgendwo? Mhm. Steht immer so. Schreib sie an. Hahaha. Hahaha. Ey dicker. Ich würde dann sagen, das war's mit diesem Video. Danke, dass du es mitgemacht hast. Was war das? Hm? Was war das? Okay. Aber du musst, du musst ja mal versuchen zu singen. Wenn sie das kann, kannst du doch auch. So Leute, als dieses kommt bei mir ein Song raus. Ja. Schreibst du mir einen Text? Ähm. Kannst du dir auch suchen. Russisch, Deutsch. Englisch, Französisch. Mehr kann ich nicht. Das reicht doch schon. Hahaha. Nein. Also, ne. Ich mach das. Du singst? Ne, ich schreib... Du singst. Nein. Das nicht. Das hab ich ja nicht gemeint. Ich schreib mal deinen Kommentar, dass du mal ein Lied aufnehmen sollst. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Hinterlass dem Video. Gerne einen Daumen nach oben. Einen Abend drin. Ja. Was? Ne, die Bilder von ihr. Die Direktion kommt ja früher. Jetzt hab ich bestimmt den ganzen Nachmittag das im Kopf. Also, hinterlass dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.